Wisst ihr, Jungs und Mädels, manchmal beim Seppen bleibt man an bestimmten Sorten von Filmen unweigerlich hängen, weil man sich dort sofort gut aufgehoben oder gut unterhalten fühlt. In meinem Fall sind das trashige Horrorfilme, Abenteuer auf hoher See und oldschoolige Spaghetti-Western. Dann gibt es wieder Genre, wo ich gar nicht schnell genug wegseppen kann. Reality-Mumpel Filme mit Tieren oder auch Jugenddramen. Nun das letzte jedoch, bis auf eine Ausnahme. Stephen King's Stand By Me Keine Ahnung, warum ich gerade diesem Film so viel abgewinnen kann. Er hat einfach irgendwie Stil und vor allem sehr talentierte Schauspieler. Aber alles der Reihe nach. Ich finde es schon sehr stimmungsvoll, wie der Film beginnt. Wir hören die Melodie des Oldies Stand By Me im Hintergrund. Dazu eine einsame Landschaft und hier der erste Satz im Film. Ich war zwölf, fast dreizehn, als ich zum ersten Mal einen toten Menschen sah. Das Ganze spielt in den späten 50ern der USA. Präziser gesagt in einer der abgelegenen Kleinstädte. Das Flair dieser Zeit wird auch sehr gut rübergebracht. Alleine was die Frisur und die Musik angeht. So laufen immer mal im Hintergrund berühmte Oldies während der ganzen Handlung. So, nun aber zur Sache. Im Nachbarort von Castle Rock wird ein Junge im Alter von etwa zwölf Jahren vermisst. Er ging zum Bärenpflücken in den Wald und kam seither nicht wieder. Die Bande um den Schüler Gordi, der im Film auch als Erzähler fungiert, erfährt durch einen Zufall, wo in etwa die Leiche des Jungen liegt. Die vier Jungs machen sich also auf den Weg, den Toten zu suchen, um dann vielleicht in die Zeitung zu kommen oder gar eine Belohnung dafür zu erhalten. So viel zur äußeren Handlung. Allerdings geht der Film noch ganz schön in die Tiefe. Denn jeder der vier muss während der Reise lernen, mit seinen privaten Dämonen fertig zu werden. Und auch was Freundschaft wirklich bedeutet. Am besten schauen wir uns die Jungs mal kurz an. Da hätten wir, wie erwähnt, Gordi. Er ist ein heller Kopf und stammt aus einer guten Familie. Doch dummerweise ist er für seine Eltern quasi unsichtbar. Sie lieben nur seinen älteren Bruder, der der Sportheld in der Familie ist. Nachdem dieser aber bei einem Autounfall starb, sehen Gordis Eltern nun noch mehr durch ihn durch, weil dieser den Verlust nicht ersetzen kann. Dann gibt es den Anführer der Bande, Chris Chambers. Er ist ziemlich klug, kommt aber dummerweise aus einer Familie von Alkoholikern, Dieben und Unruhestiftern, so dass er im Leben keine großen Chancen hat, da ihn alle nur als einen dieser schmutzigen Chambers-Kinder sehen. Er versucht mehrmals diesem Beruf zu entkommen, muss aber feststellen, dass er in so einer kleinen Stadt in einem Schubkasten gefangen ist, aus dem man niemals rauskommen wird. Er hat außerdem großes Verantwortungsbewusstsein und kümmert sich wie ein großer Bruder um seine Freunde. Als nächstes hätten wir Teddy Duchamp, er ist ein verrückter Typ. Er redet immer von Krieg und der Ehre des Krieges und wie sein Vater den Strand in der Normandie gestürmt hat und er ihn deshalb sehr verehrt. Die bittere Wahrheit, die er damit überspielt, ist jedoch, dass sein Vater zu unglaublichen Wutausbrüchen neigt und ihn dauernd misshandelt und verprügelt. Teddy hat beispielsweise starke Verbrennungen am linken Ohr, weil sein Vater in einem seiner Anfälle den Kopf seines Sohnes an einen glühenden Ofen gedrückt hat. Der letzte im Bund ist Wurm, die feige Memme des Quartetts. Irgendwie scheint jede Bande so einzuhaben. In erster Linie nervt er die anderen und ist prinzipiell gegen alles, was gefährlich sein könnte. Allerdings ist er auch die Stimme der Vernunft, der erst nachdenkt, bevor er etwas tut. Deshalb hat er auch ständig Ärger mit Teddy. Sein größtes Problem scheint aber darin zu bestehen, im unpassendsten Moment das Falsche zu sagen oder zu tun. Irgendwie erinnert er mich an den nervigen Frosch Slippy aus Starfox. Bei den Vorbereitungen zu der Reise findet Chris eine Pistole bei seinem Vater, die er prompt mitmütigt. Man weiß ja nie, was da so kommt. Diese wird aber zum Schluss noch eine dramatische Rolle spielen. Unterwegs passieren nun allerlei Zwischenfälle, die Überquerung der Eisenbahnbrücke, der Schrottplatzbesuch, die Begegnung mit den Blutegeln und eine absolute Lieblingsstelle von mir, als sie im Wald übernachten und jeder muss einmal Wache schieben. Und Wurm läuft zur Hochform auf. Währenddessen begibt sich auch eine etwas ältere Bande auf den Weg, den toten Jungen zu suchen. Die typischen Halbstarken eben. Angeführt von King, gespielt von dem damals noch reichlich unbekannten Kieser Tutherland. Wie soll man King am besten beschreiben? Stellt euch einfach Biff aus Zurück in die Zukunft noch zehnmal arschlochmäßiger vor. Da kommt man in etwa hin. Man kann diesen Kerl einfach nur hassen. Vielmehr möchte ich zur Handlung eigentlich nicht verraten, weil das hier ein Film ist, von dem ich wirklich möchte, dass ihr euch da draußen ihn auch anschaut. Sehr intelligent und vor allem emotional. Mal lustig, mal traurig, mal nachdenklich, mal spannend, aber vor allem ehrlich gespielt. Noch ein paar abschließende Worte. Hat deine Mutter nie ein normales Kind gekriegt? Wie meinst du das? Oh je. Danke. Danke.